Gott, die Steuerung ist so strange, wenn man das lange nicht gespielt hat. Ja, hab ich eben auch gedacht. Es geht so schnell. Ja, richtig. Ja, meckern hilft immer. Das stimmt. So. Wir wollten... Ich weiß es gar nicht. Ich guck mich hier mal um. Schau doch dich mal um. Oh, Restos. Wow. Boah. Ja, oh. Ich hab grad voll Kreise aufgekriegt, irgendwie, weil ich mich komisch gedreht hab. Ähm. Ach so, ja, hier ist die Kletterwand. Genau. Oh, nicht wahr das Geile, der sieht da wieder rein. Merk. Und die Ketten-Säge haben wir gefunden. Das heißt, ähm... Wir müssen uns jetzt nur noch aussuchen, wo wir längs gehen. Ich hab schon hier einen Ohrwurm. You bist die und mein bist die. Schon wieder dasselbe Lied? Ja, äh... Ich liebe es halt. Naja, gut. Ich hatte einen Ohrwurm eben von Eminem, also... Ja, das geht auch. Hier bist die, mein bist die. Okay, okay, okay. Ich bin ja da. Was denn? Ich hab mega Hunger. Ich weiß gar nicht, hab ich was dabei? Oh, falscher Knopf. Ah, ich muss einen Schokoriegel essen. Ich muss erst mal gucken, wie das... Gar nicht gar nichts machen. ...geläuft hier, Alter. Ich hab Fische, essbar. Nee, ist Storno. Roh. Nee. Doch, roher Fisch. Ich hab einen Schokoriegel gegessen. Hat mir aber nicht so gebraucht. Ich hab doch Blaubeeren. Essen. Blaubeeren sind immer gut. Was ist das? Ich hab Brombeeren auch noch. Also ich bin ja... Das ist jetzt der Wahre. Und die gibtigen Beeren soll ich vielleicht nicht zu mir nehmen. Ja, das Wasser rauscht in unserem Ohr auch sehr laut. Wir gehen hier mal weg. Ja. Gehen wir hin? Möchtest du da klettern oder möchtest du hier weiter? Haben wir schon den Climbing-Ext? Ja, ja. Ah, ja. Nee, egal. Kommen wir nicht von da oben? Wo bist denn du jetzt? Wo kommen wir? Ach nee, wir kommen von dem Seil, ne? Hier hinten bin ich. Hier sind wir runter. Ja, hier sind wir runter, genau. Da sind wir runter. Aber hier geht's auch noch weiter. Ja, machen wir beides. Erst das eine oder das andere. Erst das eine oder das andere, okay. Ich weiß natürlich gar nicht, ob wir hier weiterkommen. Das ist doch... Hier ist ein... Das werde ich mal ablegen. Hier ist Hans Seil. Hans Seil? Hans Seil. Genau. Hans Seil. Ich bin ein bisschen geblendet von dem Licht von draußen. Ah, ja. Bist du schon an Hans Seil runter? Ah ja. Wenn doch super. Hallo, Bronco! Alter, der hat mich erschrocken, der verdammte Wichser. Ja, dafür sollst du jetzt ab, du Arschloch. Kannst doch nicht machen. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Hier stand einer an der Wand und dann hat er mich angegriffen und ist da ersoffen, weil er blöde ist. So, ich glaube, aber hier ist nichts. Ich gehe mal tauchen. Aber das sind ganz viele Koffer. Die man nicht öffnen kann. Die könnte man, warte, ich muss. Ich wage mich einfach nur zu erinnern, dass hier nichts war. Ich habe das Tauchding abgelegt. Ja, geh einfach tauchen, der legt das von alleine an. Ja, das habe ich ja gerade gemacht, dachte ich. Ich muss auf jeden Fall bald mal eine neue Flasche da rein gehen. Ah ja, danke schön. Macht's tatsächlich. Oh, was soll ich denn so schön da oben abnehmen? Ah, das sind die Koffer. Ah, hier drüben ist noch ein Seil sonst. Ja, das wollte ich auch gar nicht sehen. So, man könnte all diese Koffer... Nein, ich gehe doch nicht. Ich gehe mal hier hoch, ne? Hm. Tut mir leid, wenn ihr das seht, nicht mehr hören könnt, aber es kann sein, dass ich es den ganzen Abend vor mich hinsinge. Na, zur Not schalte ich dich stumm. Danke. Danke. Nein, ist gut. Du sorgst dafür ja für gute Stimmung. Jetzt nehmen wir mal eine Freundschaft, ne? Ja. Oh, hier liegt eine Videokassette. Le Videokassette. Oh, hier. Wie war denn das? Welche ist denn das jetzt? Wo ist denn die Kamera? Kassette öffnen, des Artefakts. Oh, ich habe drei. Ja. Ich habe, glaube ich, noch keins geschaut. Dann schaue ich mir die jetzt alle dreimal an. Geschaut haben wir die schon. Was ist ein Helikopter? Da gucken wir uns, was... Oh, hier friere voll. Ah, wir hatten eine Frau. Oder da war zumindest eine Frau. Mensch. Boah, ich sterbe hier gleich, weil mir so kalt ist. Ja, ja, mir auch. Ach, das ist das Artefakt. Ja. Einmal anders stellend. Einmal das, einmal das. So, jetzt gibt es nichts zu sterben. Okay, wir müssen Feuer machen. Ich sterbe. Du stirbst. Total ist es. Du brauchst kein Feuer. Mach einfach eine Fackel. Ah, ja. Mach jetzt das, was ich dir sage, du Follow-host. Kombinieren. Kombinieren. Und was noch? Wachst oder so? Ich habe gerade selber keine Ahnung. Äh, äh. Steht der nicht? Nee, das hatte ich beim letzten Mal schon, dass es mit der Fackel irgendwie nicht mehr da stand. Ja, dann mach ich Feuer. War weg. Ist wahrscheinlich Spielfehler. Ich möchte jetzt nicht in der Höhle verrecken. So, da. Kannst du nicht mehr das Feuer anzünden, weil ich so am rumzittern bin. So. Rück dich mal. Guck mal bitte in meiner Lebensanzeige. Das Rote war bis Anschlag hoch. Ich glaube, das ist Blut, oder? Nee, das ist Energie. Nee, das Rote, das Rote, das Blaue ist Energie. Ja, stimmt. Aber linke Seite, das Pinke, also das Äußerste ist meine Rüstung und das Rote? Das andere ist dein richtiges Leben, glaube ich. Das pusht du wieder hoch, wenn du Medikamente nimmst, bin ich der Meinung. Ach so. Ähm, ist es immer noch zu laut mit dem Wasser? Meine Ausdauer, das Rote doch nicht. Ach nee. Das Rote ist nicht die Ausdauer. Nee. So, ich geh mal wieder runter, ne? Hier oben ist nichts, oder? Weil hier war nur der Film. Ja. Okay. Jetzt wird es wieder lauter, aber jetzt kommt Wasser näher. Guck, das Dauer ist die Ausdauer, oder? Rechts, rechts. So. Mhm. Nein. Okay, komm mal mitnehmen. So. Sieht immer schon geil aus, ne? Okay, ich mach noch grad ein Stück leiser. Einstellungen, Gameplay. Soundeffekt. Besser? Wieder hoch. Alter, wie behäblich er ist, dass du hier keine Kofferkolleitschaden hast. So. Wo bist denn du? Bin schon oben. Ach so. Warte, ich gucke, ob ich so weit werfen kann. Hast du ihn gesehen? Nein. Schon wieder so viel Schaden hier. Ähm, ich hab dir ein Tennisball zugeworfen. Ach so, ja, nee, den... Hab ich leider nicht gesehen. Ach ja. Ich bin jetzt grad mal auf der anderen Seite. Ach, ja, ich sehe wieder das Problem, was ich haben werde. Da muss man rüberspringen und dann fällt man wieder runter und dann sind wir genau da, wo wir eben Feuer gemacht haben. Ach, da, oh ja. Nein, ich hab's geschafft. Möchtest du das bitte ablegen? Ablegen. Ach, wir waren das noch nicht. Aber es ist schon komisch, wenn es so leise ist auf den Ohren hier. Muss ich ja mal sagen. Ganz ungewohnt. Ganz ungewohnt? Und hier wohnen. Ja. Also man kann hier längs krabbeln dann. Ja, ich komm in deine Richtung. Ja. Oh, hier hängt jemand. Oh, hier sind Babys. Ja, natürlich geht das nicht auf. Oh, die sind im Boden geglitscht. Zack. Geil, aber sie können mich trotzdem erwischen. Obwohl sie im Boden geglitscht sind. Was ist denn das für eine Scheiße? Ähm, die... Ah, da ist es wieder. Oder auch nicht. Ich hab's gefliegen gesehen. Ach, wir sehen. Schön. Strange. Okay. Gucken. Oh, er hat Kleingeld bei sich. Kannst du ihn auch nochmal hauen. Vielleicht hat er noch mehr. Und? Manchmal klappt das. Ja, hier noch ein Schein raus. Hoch, hoch. Und geht der aber auch? Ja. Ja. So, jetzt haben wir hier... Müssen wir eben auf die Map gucken, ne? Wo sind wir denn hier, ey? Meine Fresse. Hoffentlich finden wir wieder zurück. Niemals. Never ever. Nein. Hoch. Wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ich hab das Gefühl, wir sind nicht schon mal runtergegangen. Und hier unten haben ganz viele Böse gelauert. Nee, das war eine ganz andere Höhle. Ja. Oder? Weiß es nicht, ey. Das war gerade ein Schubredel. Aber laut Map. Wenn ich die aufmache, waren wir hier noch nicht. Nee, das stimmt. War es noch nie erschlossen. Aber hier ist ein Durchgang. Ich hasse es, wenn das... Äh, was... Äh, häng ich denn jetzt? Oh, wir sind... Draußen. Ach, hier sind wir. Aber müssen wir gleich nochmal rein, wenn du schon wieder draußen bist. Ah, nicht wirklich draußen. Wir sind, ähm... In dem Loch. Aber noch nicht ganz unten. Ach, in dem Loch? In dem Loch. Ist ein bisschen so wie der Spalt, ne? Genau. Den hatten wir ja auch irgendwann. Den Spalt. Ja, der ist eigentlich von DVD. Hier haben wir... Der Gieß. Ein Baum. Blöebaum. Und ganz viel Dynamitos. Ja. Und leere Kisten. Stock, stock, stock. Oh, mein Foto. Ach, der Baum. Ja, da waren wir schon. Das haben wir schon explodieren lassen. Ich glaube auch, ne? Ja, da lag ein Teil von der Waffe drin. Oh, jetzt oder. Das sieht aber so geil aus, wenn man hier unten steht und dann da hochguckt und so. Das ist schon mega gemacht. Ja, ich komme sofort loschern. Ja, lass dir Zeit. Muss ich erstmal alles... Ich bin so ein Alles-Sammler. Der Spalt ist allgegenwärtig. Immer. Ja, das ist schon ziemlich geil, ne? Aber es ist auch schon ganz schön spooky, wie tief es da ist. Spooky. Ich habe mal mit Madin, der auch mal hier hat geschaut, da runtergebaut. Also es versucht. Und ab der Hälfte bin ich dann öfter mal runtergeschmiert. Und dann hinkst du da unten fest. Und dann... Ja. Wir müssen mal irgendwie gleich ein Feuer machen. Ich glaube, ich muss was essen. Obwohl, ich kann ja auch erstmal einen Riegel essen, ne? Wir haben ja ein paar gefunden eben. Ja. So. Haben wir hier noch Wasser? Jo. Trinken. Dann geht es mir eigentlich erst noch. Ich habe doch abgekochtes Wasser. Ja, alles gut. Passt alles. Ja, ich sauge alle Items auf. So sieht das aus. Ja, loot, 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 loot. Mhm. So. Übrigens, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wollt ihr es lesen? Hier steht. Mal wieder die Nacht. Leucht gemacht. Kein Problem. Herr Schreck, krank! Okay. Lugschleichwerbung hier. Echt mal. Der verdient genug Kohle. Stimmt. Er gibt mir leider nichts ab dafür, dass ich euch das eine Rollstuhl verzeihe. Ich höre Babys, du auch? Ja, ne? Noch nicht. Jetzt höre ich was schleimen. Boah. Wow. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Irgendwie sind die alle verpackt hier. Wie ist denn die Babys hier verhandelt? Ähm. Ich fülle mal gerade noch mal nach. Aha. Wollen wir hier einmal speichern? Ja. Liegt hier noch was drin? Habe ich doch was vergessen. Nein. Okay. Sende, wir speichern. Geil. Dann gehen wir hoch, wa? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh, okay. Ach, da hoch. Das ist ja auch cool. Ja. Ich habe noch das hier. Wir können wahrscheinlich nichts sehen, weil es grün ist. Grün und grün. La familia. Mausbett. Proud to be a lurch. Ja. Ja, ja, ja. Da geht das an. Er schwimmt schon wieder. Ja. Und jetzt ist es uns gleich wieder kalt. Oh, nee, hier ist ein Feuer in der Ecke. Das ist toll. Kann man sich gleich einmal aufwärmen. Herrlich. Huch. Komisch, jetzt ist mir gar nicht so kalt. Naja. Es steht nur, du hast Hunger. Finde etwas zum Essen. Schon wieder? Ich habe immer Hunger. Du frisst auch mehr als ein kleines Pferd scheißt, oder? Ich möchte es mir nicht vorstellen. Also dein Charakter. Dein Charakter. Ja. Ich mag es mir trotzdem nicht so wild. Ich habe so viel Fantasie. Ich habe das einmal gleich vor Augen. Ja, sehr schön. Geht so. Oh, wir gehen ineinander. Womko, meinst du Kirby, was mir da im Wasserbegegnet ist? Nee, wegen Einsaugen alles. Ach so. Kirby saugt auch immer alles ein. Ja. Ach, weine. Die Farbe passt auf jeden Fall, ne? Ja, oh, neuer Eintrag. To-Do-Liste hinzugefügt. Ah, guck immer nach. Einen Eintrag auf der To-Do-Liste hinzugefügt. Okay. Oder abgehakt. Ja, guck mal. Oh, ich höre. Finde einen Weg. Die Felswende. Finde einen Weg. Die Felswende. Ah, na klar. Ja. Kletter die Seil. Oh, wir kommen nach draußen, glaube ich. Trinke dir Wasser. Genau. Ja, Bronco, da hörst du richtig. Den habe ich auch gehört. Ja, ich wollte gerade sagen, ich höre es aufschreiben. Aha, hier sind wir. Wer kennt es nicht? Mhm. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir wieder runter? Weil wir ja da noch die Klettersachen hatten und so, oder? Finden wir da wieder zurück? Ja, ne? Ich weiß es nicht. Ja. Warte. Ist bestimmt ganz eindeutig, wo wir lang müssen. Ja. Eindeutig, zweideutig. Also wir wären sonst direkt fast zu Hause, ne? Das ist natürlich auch... Aber warum? Und wo hat es gebrüllt? In der Höhle? Ja, oder war er da hinten? Ich sehe jetzt... Da hinten. Nee. Schlecht. Wah! Wo ist er? Da. Ich habe ihn gehört, da. Guck, guck. Renn doch nicht weg! Oh, hier ist noch wo einer. Hier ist noch wo einer. Oh nein, das ist ein bisschen hässlichen Fratzen. Ich muss mal ran. Stuhlfeuer. Milchfeuer? Nein. Äh, wir sollten flühen, es sind ein bisschen viele. Okay. Dann würde ich sagen, rein in die Höhle, wa? Oder ins Wasser unten. Ja. Okay, das Wasser ist auch gut. Na gut, dann lassen Sie uns nicht in Ruhe. Höhle? Ja. Höhle. Lass mich jetzt rein! Ich bin Arzt! Ah, ich bin drin. Ich auch. Ehe, Ehe, Ehe. Alter, Finn. Ehe, Ehe, Ehe. Scheiße, was ist mit denen denn? Palsch, vor allem die normalen. Die weißen. Oh, rutsch, 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 rutsch. Und die mit der Pratze auf. Ja, ja, schreibt eure Brüder müssen rum. Hast du dir wehgetan? Nee, das war so ein Typ da oben. Ist hier unten auch jemand? Nein. Man hört sie nur noch. Wie krass. Die fallen hier gleich runter. Oh nee, da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nee. So. Lass uns zurückgehen, da war es schöner. Ah, ja. Naja. So, ich hab schon mein... Raubeschreit ist ausgeschildert. Ja, ich hab mein Drink für heute schon weg. Ja? Ich hab mir gedacht, bevor ich das wieder heute Nacht machen muss, da hab ich kein Bock drauf. Ich hab hier noch ein Energy Drink für vielleicht später oder so. Ich hab immer das Problem bei dem Restorate, wenn ich das trink abends, dann muss ich locker noch ein Stündchen warten, weil wenn ich da ins Bett gehe, muss ich danach irgendwann sächen, wie so ein Brauerei fährt. Schön. Ich geh einfach aufs Klo, bevor ich ins Bett gehe nochmal. Nee, das reicht nicht. Also, nicht, wenn ich gerade den Drink getrunken hab. Okay. Nee, dann schütt er halt schön den ganzen Dreck aus dir raus, der da nicht rein gehört, ne? Ja. Mhm. Ist ja auch richtig. Deswegen warte ich immer noch ein Stündchen, nur wenn wir jetzt, was ist es nicht, wieder bis 11, 12 aufnehmen. Oh, Entschuldigung. Dann muss ich ja nicht unbedingt noch... Nee, das stimmt. Oh, hier ist ja Ben Seng. Aber wir haben genug. Ich hab schon aufgefüllt und neu genommen. Klingt irgendwie komisch. Ich sehe nix. Oh, wo, wo? Da ist der Weg. Gut. Wieder rein. Ich freu mich aber auch schon gleich noch so ein bisschen in unser Base wieder rum zu... Ja. Aber ich freu mich nicht auf die, die da draußen auf uns gewartet haben. Guck mal bitte mal. Das waren gerade echt ein paar zu viele. Es waren bestimmt 89 Stück. Die Tauzwerge beziehen, Tralara. Können kaum noch laufen. So ging der Text nicht, Tralara. Ich kenne den Text irgendwie davon gar nicht mehr. So lange her. Es gibt keine Zeit, wo ich ihn konnte oder hätte können müssen. Doch, ich glaube in der Grundschule. Ja. Vielleicht auf so einem Pfingstlager oder so mal. Ja, das schon. Nasekribbel. Ah. Ich habe nur eine Handvoll Eingeborene. Eingeborene. Ja, natürlich. Ja, klar. Mindestens zwei Hände voll. Ja. Schwimmt ein Dutzend. Hey, da lässt wieder was fallen. Sehr schön. So, jetzt muss ich da jetzt gleich wieder... Boah, ich muss mal eben... Ich drücke immer Tab. Falsches Spiel. Wir müssen da jetzt nur rüber und dann ist da schon die Wand. Ja. Ich muss nur ein bisschen Energie auftanken, sonst komme ich da wieder nicht rüber. Ich kenne mich. Und dann muss ich wieder unten durch. Ähm... Wo müssen wir lang? Ach, da. Um Gottes Willen. Ja. Um Gottes Willen. Ich habe es hier ralt. Okay. Das finde ich sehr gut. Ne? Manchmal funktioniert mein Kopf auch. Okay. Gehlen ist nicht immer angesichts, aber ich bin in Höhe. Ah, jetzt wird es wieder ein bisschen lauter. Ja. Aber nur kurz. Wie machst du mit dem Baumstab weg, Franco? Na, sicher doch. Das wollen wir mal sehen. So, dann können wir hier nochmal speichern. Ich sehe nichts. Als wäre nie was gewesen. Es ist dunkel hier. Ich kann ihn nicht hören. Es ist so dunkel. francene in Höhe. Es ist so dunkel. Dust mal so, dass restrictive auch sein. Aber Vad ist das? So. Okay. rimind. Zum Glück und incredible. Untertitelung des ZDF, 2020